Diese Sauna in Madrid soll am Anfang der Affenpockenausbreitung in Europa stehen. Allein in Spanien wurden 35 Infektionen in zehn verschiedenen Regionen registriert. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt bei über 50. Unterdessen suchen die spanischen Behörden fieberhaft nach dem sogenannten Patienten Null, der am Anfang der Infektionskette steht. Zu den Symptomen gehören unter anderem hohes Fieber, Muskelschmerzen oder geschwollene Lymphknoten. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass nicht bekannt ist, dass diese Patienten in der asymptomatischen Phase ansteckend sein können. Das unterscheidet es auch vom Coronavirus, was im Prinzip bedeutet, dass keine Gefahr besteht, dass es zu einer Pandemie wird. Die Affenpocken können beim Sex oder durch engen Körperkontakt übertragen werden. Bislang sind Infektionen in zwölf europäischen Ländern bekannt. Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich auf rund 100. Ich möchte wiederholen, dass dies eine beherrschbare Situation ist und es möglich ist, die Übertragung von Mensch zu Mensch aufzuhalten. Wir möchten die Mitarbeiter an vorderster Front schützen und sicherstellen, dass jeder, der eine Probe nimmt, um Tests durchzuführen oder Personen zu betreuen, über die richtigen Informationen und die richtige persönliche Schutzausrüstung verfügt. Die Weltgesundheitsorganisation räumte ein, dass die Häufung der Affenpockenfälle in verschiedenen Ländern Europas ungewöhnlich sei, betonte aber gleichzeitig, dass man es mit einer beherrschbaren Situation zu tun habe. Das ist ein, dass man es mit einer beherrschbaren Situation ist, dass man es mit einer beherrschbaren Situation zu tun hat.